Hi, Thorsten hier. Wie ihr sehen könnt, hinter mir ein kleines Feld mit Büschelblümen und die will ich heute gut in Szene setzen. Ihr seid wieder mit dabei. Mit dabei habe ich heute das Sigma 105mm 2.8 DGDN für den E-Mount und damit wollen wir jetzt mal schauen, was wir da so sehen. Ich habe schon gesehen, hier sind nicht nur Büschelblümchen, hier sind auch noch andere Blumen, die man gut in Szene setzen kann. Die Sonne ist jetzt gerade weg, aber ich habe vorhin schon gesehen, da sind ziemlich viele Bienen und auch Schmetterlinge habe ich schon ein paar gesehen. Jetzt kommt ihr einfach mal mit und wir schauen, was wir da so machen können. Einige könnten jetzt meinen, dass das ein Nachteil ist, wenn die Sonne nicht scheint, aber ich finde, das ist gar kein Nachteil. Natürlich können wir mit Sonnenlicht auch schöne Farben erzeugen. Jetzt ist eh später Nachmittag, da sind die Farben sowieso besser als am Tag. Aber auch, ich sage mal, jetzt im Schatten können wir hier schöne Bilder bekommen. Ich habe mir jetzt hier schon eine Blüte rausgesucht. Der Nachteil ist jetzt natürlich, es ist ein bisschen Wind und da wackelt das ganz schön. Und aus dem Grund habe ich jetzt hier mal eingestellt bei mir an der Kamera eine vierhundertstel Sekunde Verschlusszeit, Serienbildfunktion und Single Spot Fokus. Ich gucke mal, ob ich vielleicht auch manuell fokussieren kann. Aber jetzt versuche ich das erstmal mit sozusagen Autofokus und jetzt mache ich erstmal ein paar Testbilder, weil hier ist ja jetzt noch kein Highlight auf den Blüten. Also ein Highlight würde ich jetzt sagen, dass da vielleicht sich ein Insekt draufsetzt und wir das Insekt sozusagen als Highlight haben. Ich gucke erstmal, wie das hier aussehen könnte. Ich fokussiere an die Blüte. Jetzt gehe ich wieder ein Stückchen hoch. Aus dem einfachen Grund, wenn ich jetzt ein Stückchen höher gehe, habe ich hier wieder ja hinten schön grün. Ich mag das nicht so, wenn das hinten so weiß ist, diese Wolken. Ich mag das eher, dass das dann hinten ein bisschen grüner ist. Ich habe jetzt auch eine genommen, wo jetzt nicht so viel von dieser Blüte hier ringsherum zu sehen ist. Also so, dass wir die schön freistellen können und dass wir nur das Grüne sozusagen sehen im Hintergrund. So, ich habe jetzt mal Blende 4,5 eingestellt. Ich muss erstmal gucken, wie die Schärfentiefe ist. Ich muss erstmal schauen, wie das Bild wirkt. Ob ich eine geringe Schärfentiefe nehme oder eine etwas weitere Schärfentiefe nehme. Also ob ich die Blende halt noch weiter schließe oder weiter öffne. Das muss ich mir jetzt erstmal anschauen, wie das mir gefällt. Oftmals mache ich auch mehrere Bilder von einem Motiv, dass ich sage, okay, ich mache jetzt Bilder mit wenig Schärfentiefe. Also ziemlich offener Blende und etwas mehr Schärfentiefe mit geschlossener Blende. Und wähle das dann am Computer aus, was für mich in meinen Augen am besten wirkt. Das mache ich ganz oft. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, wir müssen noch ein Stückchen zurückgehen, damit die Blüte auch wirklich schön ins Bild passt. Ich nehme jetzt die Blüte wieder ein bisschen links ins Bild. So die 2 Drittel Regel ungefähr. Und habe jetzt den Vordergrund schön scharf und der Hintergrund ist extrem gut aufgelöst. Ja, jetzt warte ich hier, dass sich vielleicht ein Insekt auf meine auserwählte Blüte setzt. Das könnte ein bisschen dauern. Ich habe bemerkt, wenn ich jetzt Insekten an Blüten fotografiere, je mehr man sich bewegt, desto weiter bleiben die weg. Und wenn man doch an einer Stelle ruhig sitzen bleibt, dann kommen die dann auch genau an dieser Blüte, die man sich ausgewählt hat. Aber man braucht manchmal ein bisschen Geduld. Da hinten sehe ich schon ein paar, aber die sind mir zu weit weg. Und da warte ich jetzt mal, dass ich hier vorn irgendwo eine, also ich sehe hier Rummeln zum Beispiel, Bienen sehe ich hier. Ja, schauen wir mal, wo sich hier ein Insekt hinsetzt. Am besten ist es natürlich, wenn das Insekt noch in meine Richtung guckt. Dann versuche ich natürlich mit den Serienbildern, ja, das entsprechend dann auch scharf zu kriegen. Okay, jetzt kommt gerade ein bisschen Regen, aber das soll uns nicht stören. Es nieselt nur. Ja, gucken wir mal, nicht, dass jetzt gleich die ganzen Insekten hier verschwinden. Ja, man kann die Tiere auch ein bisschen beobachten und man sieht, dass die eben immer von Blüte zu Blüte wandern. Und wenn man da so einen Pfad, sag ich jetzt mal, erkannt hat, dann kann man natürlich auch, ja, sich an dem Pfad der Blüten positionieren. An der Blüte, wo man denkt, dass die Biene oder die Hummel dann als nächstes hinkommt und dann kann man die, ja, denke ich mal, ziemlich gut erwischen. Was in dem Fall auch noch gut ist, ja, man kann die sogar im Flug erwischen. Das probieren wir jetzt gleich mal, hier vorne ist eine, die beobachte ich jetzt mal, wo die hinfliegt. Ja, jetzt ist sie von da oben nach hier unten und ich denke mal, als nächstes wird sie dann hoffentlich hier vorn ankommen. Ich positioniere mich schon mal. Ja, es biegt so leider in die andere Richtung, kommt sicher vor. Jetzt war sie weg. Ich habe jetzt mal Blende 8 eingestellt, eine zweitausendstel Sekunde, dass ich die auch im Flug erwische und ich hoffe, das klappt. Ich schaue mir die Bilder dann natürlich später am Computer an und wenn da jetzt natürlich eine gute Flugszene dabei ist, dann blende ich die euch jetzt schon ein. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, ob die Bilder da tatsächlich geworden sind. Ich kann mal jetzt hier schon drauf schauen. Ja, da ist schon ein Flug, aber die ist jetzt ein bisschen weit weg von der Blüte. Und mal schauen, ob die scharf geworden ist. Ja, die ist natürlich jetzt auch nicht scharf geworden. Aber deswegen, ich habe jetzt mal eine zweitausendstel Sekunde noch eingestellt für Schlusszeit, damit wir die sozusagen im Flug auch gut kriegen können. Jetzt haben wir hier vorne eine, natürlich optimal. Ja, jetzt haben wir hier ein paar Grasbüscheln davor. So, passen jetzt nicht so gut ins Bild. Jetzt kommt sie weiter vor. Jetzt muss sie nur noch... Also aus meiner Sicht ist sie jetzt hinter der Blüte. Ich steck sie gerade hier vorne in den Kopf rein. Jetzt müsste sie gleich rauskommen. Noch mal ein bisschen... Ja, das ist natürlich jetzt... So, die macht jetzt hier von hier nach da. Ihr seht das jetzt natürlich nicht, ne? Jetzt ist sie gerade... Ah, jetzt ist sie wieder hier. Ja, am besten nicht zu sehr bewegen. Also kleinere Bewegungen, Drehbewegungen könnt ihr schon machen. Aber nicht zu sehr bewegen, aufstehen oder woanders hingehen. Weil dann wartet ihr wieder länger, ne? Also ich bleibe jetzt hier an dieser Stelle. Dreh mich da immer mal so ein bisschen. Und schaue, wo sich dann hier sozusagen die Bienen aufhalten. Ja, das wäre jetzt natürlich auch noch optimal, wenn sie sich hier drauf setzen würden. Da habe ich hier einen wunderbaren Hintergrund, der schön aufgelöst ist. Das wäre natürlich optimal. Ja, warten wir noch ein bisschen. Ja, hier drüben bewegt sich gerade eine Hummel, die jetzt hier vorkommt. Und dann gucken wir doch mal, dass wir die gut hier rein kriegen. Ja, jetzt ist sie an mir vorbeigeflogen. Ja, wo geht sie hin? Ah, jetzt ist sie ganz weggeflogen. Aber nicht so schlimm, die nächste kommt gleich wieder. So, hier drüben ist wieder eine Biene. Gucken wir mal, dass wir einen schönen Hintergrund kriegen. Die Biene scharf. Ja, es ist ganz schön viel los hier auf dem Bild. Der Hintergrund nicht ganz so toll. Aber die Biene, die scheint scharf geworden zu sein. Gucken wir mal kurz. Ja, die ist scharf. Also halbwegs scharf. Sehen wir dann am Computer noch besser. Warte mal, jetzt ist hier oben eine. Ich stelle jetzt nochmal Blende 8 ein. Eine 1.600 Sekunde Verschlusszeit. Wenn wir die halbwegs scharf im Flug bekommen. ISO habe ich auf Automatik gestellt. Das mache ich eigentlich ganz oft, damit ich mich nicht um den ISO kümmern muss. Und wir hätten jetzt ISO 4000. Das ist aber bei der Kamera voll in Ordnung. Ja, ich suche mir immer die Blüten raus, die so ein bisschen einzeln stehen. Und die Bienen und Hummeln, die suchen sich natürlich die Blüten raus, die nicht einzeln stehen. Und das ist natürlich für mich jetzt nicht ganz so optimal. Aber wir haben ja Geduld. So, jetzt kommen wieder welche hier vor. Na, wo geht sie hin? Hier. Ich muss ja nur noch den Kopf in meine Richtung drehen. Ja. Ah, jetzt ist sie hier. Ja, da ist. Das ist nicht so optimal. Ja, dann hat man immer das Gefühl, dass die Bienen immer an der Stelle sind, wo man gerade nicht hin hält. Aber ich versuche dann mal an einer Stelle zu bleiben. Ja, hier sind Disteln. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Also hier sind nicht nur diese Blumen hier, da sind auch Disteln. Ja, aufgrund der Serenbildfunktion, die ich jetzt eingestellt habe, bekommen wir natürlich ziemlich viele Bilder. Und die müssen dann natürlich auch noch ausgewertet werden. Ich denke mal, dass da ja mindestens 80 bis 90 Prozent sozusagen mir nicht zusagen und dann entsprechend auch gelöscht werden. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Wenn dann ein Bild dabei ist, was gut aussieht oder was mir gefällt, dann ist das für mich vollkommen ausreichend. Und wenn keins dabei ist, ist das auch nicht schlimm, weil ich habe einen schönen Tag oder einen schönen Nachmittag. Genau da, wo ich sie hinhaben will. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen fliegen oder ihren Kopf in meine Richtung zeigen. Ich muss ja ab und zu mal in den Fokuspunkt versetzen. Ja, die Biene ist jetzt hier schön am Schaffen. Ja, jetzt ist sie ziemlich weit hinten in der Blüte. Sehen wir sie jetzt nicht ganz so toll. Ich komme sie noch ein Stück vor. Jetzt muss sie noch in meine Schärfenebene reinkommen. Jetzt war sie weg. Also ich habe jetzt Blende 5 eingestellt und da ist die Tiefenschärfe natürlich ziemlich gering. Und da ist es natürlich schwierig, dann das Tier, also die Biene komplett scharf zu kriegen. Das will ich auch gar nicht unbedingt. Sondern mir reicht das aus, wenn... Ah, jetzt wieder eine hier vorne. Jetzt ist sie wieder weg. Mir reicht das aus, wenn dann sozusagen der Kopf und die Augen entsprechend scharf sind. Richtig beurteilen kann ich das dann erst am Computer. Aber ich denke mal, dass da ein paar scharfe Bilder dabei sind, die mir dann auch vom Bildaufbau noch gut gefallen. Also ich versuche schon gut, oder ich versuche schon, dass der Bildaufbau entsprechend schon mal vorbereitet ist. Aber ihr seht ja selber, man springt hier hin und her und da ist das manchmal gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Oder die Bienen, die setzen sich halt an Stellen oder auf Blüten, die eben vom Bildaufbau nicht ganz so toll und passend sind. Deswegen mache ich bei solchen Sessions ziemlich viele Bilder und suche mir dann die besten sozusagen raus. Ja, jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Also es ist erstmal nur Nieselregen. Das macht mir ja immer nichts aus. Und ich schaue mal... Moment, da ist noch eine Hummel. Ja, die ist jetzt gerade hier vorne. Die müssen wir noch ablichten hier. Da ist sie. Ja, ihr habt jetzt gesehen, wie man mit dem Makroobjektiv 105mm von Sigma DGDN ja auch gute und schöne, interessante Bilder bekommen kann. Wichtig finde ich zumindest, wenn wir jetzt irgendwelche Blüten fotografieren, so ein Eyecatcher, so ein Highlight, irgendein Tier, also eine Biene, eine Hummel oder irgendein anderes Insekt. Natürlich sind die Insekten am Nachmittag, so wie jetzt, nachdem die schon den ganzen Tag aufgewärmt haben, ein bisschen flink unterwegs. Besser ist es natürlich am frühen Morgen. Schmetterlinge habe ich zwar hier hinten ein paar gesehen, aber da sind jetzt keine hervorgekommen. Und ich sage mal jetzt bei dem Regenwetter, ja Regen, also es ist noch Niesel, werden die jetzt natürlich nicht unbedingt hier rauskommen und sich jetzt nochmal auf die Blüten setzen und zeigen. Ich hoffe, ihr konntet dann noch ein paar Tipps mitnehmen, auch wenn das heute mal ein bisschen kürzer war, aufgrund der Wetterverhältnisse. Wenn euch was gefallen hat, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch was nicht gefallen hat, dann schreibt das auch in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was diesen Kanal angeht. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. 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 Bis dahin.